Kannst du mal ein Spiel programmieren? Welches Auto fährst du? Wie hoch ist dein Gehalt? Hi Leute, auf Instagram habe ich eure Fragen zusammengesammelt für ein neues Q&A-Video und ja, genau dieses Q&A-Video schaut euch gerade an. Viel Spaß! Kannst du Python programmieren? Das kann ich eigentlich relativ schnell beantworten. Nein, ich kann nicht Python programmieren. Zumindest kann ich jetzt nicht so gut programmieren, dass ich es in meinen Lebenslauf reinschreiben würde. Klar, die Basics kann ich natürlich. Das ist auch nicht so schwer. Aber alles, was ich kann, kann man sich locker in einer Woche oder in zwei Wochen super aneignen, ein paar Tutorials machen, ein paar Skripte, ein paar kleine Projekte und so weiter umsetzen. Dann klappt das schon alles. Aber ich würde mich jetzt nicht auf eine Stelle bewerben, wo jetzt Python besonders wichtig ist. Was ist dein Lieblingsessen? Auf jeden Fall Pizza. Das ist für mich das einzige Gericht, was praktisch immer funktioniert. Natürlich gibt es so manche Gerichte, da habe ich manchmal ein bisschen mehr Bock drauf. Aber jetzt bei Pizza ist es halt einfach so, dass es eigentlich immer funktioniert. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass irgendjemand mal vorgeschlagen hat, dass wir jetzt Pizza essen gehen und dass ich dann irgendwie keine Lust drauf hatte. Also Pizza kann ich eine Woche lang durchessen, ohne dass es mir zum Hals raushängt. Würdest du dich mit App-Entwicklung selbstständig machen? Da würde ich jetzt einfach mal unterscheiden, dass es so zwei Arten von Selbstständigkeit gibt. Also einmal kann ich mich natürlich als Freiberufler selbstständig machen. Das heißt, ich mache dann irgendwelche Auftragsarbeiten für irgendwelche Firmen. Das heißt, ich schreibe denen dann eine Rechnung, bin dann für ein paar Monate bei irgendeinem Projekt mit dabei und die bezahlen mich dann dementsprechend. Oder ich programmiere meine eigene App und versuche halt von den Einkünften als App-Entwickler einfach zu leben. So praktisch als Indie-Entwickler. Ich glaube, so die zweite Art, dass ich meine eigene App habe, das ist gar nicht so einfach, wie man es sich vorstellt. Also ich kenne auch ein paar Leute, die haben ihre eigene App im App-Store und verdienen damit ein paar Euro im Monat. Aber wirklich, dass man davon leben kann, gerade wenn man in Deutschland lebt oder in München, wo man halt einfach viel höhere Kosten hat, das ist, glaube ich, ultra schwer. Und die andere Variante, dass ich mich als Freelancer selbstständig mache, also dass ich praktisch einfach als Freiberufler unterwegs bin, das ist eine Sache, die ich mir vor ein paar Jahren wirklich sehr stark überlegt habe. Also ich war wirklich kurz davor, den Sprung zu machen. Ich war mir noch nicht sicher, ob ich jetzt irgendwie komplett meinen Job kündige und dann hundertprozentig reingehe oder versuche, das irgendwie so teils teils zu machen, dass ich dann praktisch am Wochenende an irgendwelchen Projekten arbeite, bis ich dann so einen Kundenstamm aufgebaut habe, damit einfach das Risiko minimiert wird. Aber ich habe mich dann letztendlich dagegen entschieden, weil klar, man kann sehr viel Geld verdienen als Freiberufler, aber man muss halt auch super viel Arbeit machen, die einem nicht bezahlt wird. Ich meine, ich habe sehr viel Bürokratie, ich muss Rechnungen schreiben, die Buchhaltung wahrscheinlich nicht. Da hat man dann natürlich einen Steuerberater, den man dafür bezahlen muss. Aber man muss ja irgendwelche Kundengespräche führen und das sind alles Dinge, wofür man dann nicht bezahlt wird, die aber dann in deine Arbeitszeit eigentlich mit reingerechnet werden. Bist du Veganer? Nein, ich bin kein Veganer, aber es ist tatsächlich so, dass ich schon seit einer ganzen Weile kein Fleisch mehr esse. Also ich bin praktisch Vegetarier. Ja, es ist ganz, ganz, ganz selten kommt es mal vor, dass ich mal Fisch esse. Vielleicht einmal im Jahr, wenn ich in Spanien bin. Aber die meiste Zeit bin ich eigentlich komplett vegetarisch. Und unter der Woche ist es tatsächlich so, dass ich die meiste Zeit eigentlich vegan esse, gerade wenn wir selbst kochen, weil wir keine Milch mehr einkaufen, kein Joghurt. Dann Eier wirklich ganz, ganz selten, außer wir machen mal Schakschuka. Und ja, Käse kaufen wir eigentlich auch nicht mehr wirklich ein. Also die meiste Zeit essen wir wirklich vegan, aber ja, ich weiß nicht, wenn ich halt Essen bestelle, dann esse ich ja trotzdem Pizza mit Käse. Also vegetarisch, aber ich bin kein Veganer. Und da wir uns gerade über Ernährung unterhalten, können wir auch direkt zum heutigen Sponsor des Videos kommen, Athletic Greens. Ich habe mir früher immer verschiedene Tabletten geholt, wie Vitamin C, Calcium und so weiter. Und ich war mir nie sicher, ob das reicht oder ob ich doch noch mehr verschiedene Nahrungsergänzungsmittel nehmen sollte. Ich versuche mich immer sehr ausgewogen zu ernähren, aber ich kann natürlich trotzdem nicht garantieren, dass ich nicht irgendwo einen Nährstoffmangel habe. Und genau hier kommt AG1 von Athletic Greens ins Spiel. Ein Löffel ist vollgepackt mit 75 wichtigen Mineralien und Nährstoffen, die aus 100% natürlichen Lebensmitteln gewonnen werden. Klick auf athleticgreens.com slash kevinchromik und sichere dir bei deiner AG1-Bestellung einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D zur Unterstützung des Immunsystems und 5 Travel Packs. Außerdem gibt es eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Das Ganze kommt in Form eines sehr feinen Pulvers, wovon man täglich einen Löffel nimmt und zusammen mit Wasser in der mitgelieferten Flasche vermischt. Das Pulver löst sich wirklich super auf und klumpt nicht. Ich trinke es dann direkt morgens nach dem Aufstehen, da ich in der Regel nicht frühstücke und dadurch dennoch etwas im Magen habe. Geschmack ist wie immer subjektiv, aber mir schmeckt es wirklich gut. Ich nehme dann noch die Vitamin D-Tropfen von Athletic Greens, damit ich gut durch die dunkle Jahreszeit komme. Wenn ihr den Link in der Videobeschreibung benutzt, bekommt ihr auch einen Jahresvorrat davon gratis mit dazu. AG1 ist sehr gut verträglich und für die unterschiedlichsten Ernährungsformen geeignet. Egal ob ihr Vegetarier, Veganer seid oder euch Paleo oder Keto ernährt. Es ist Gluten- und Laktosefrei, falls ihr eine Unverträglichkeit habt. Wie hältst du deine Motivation aufrecht, wenn du an einem Backfest hängst? Ich stehe meistens einfach auf, mache irgendwas anderes. Also vielleicht hole ich mir einen Kaffee, gehe irgendwo spazieren, vielleicht an die frische Luft. Oder ich hole mir einfach eine andere Aufgabe, an der ich irgendwie zwei, drei Stunden lang arbeiten kann, um vielleicht einfach mal einen Kontext-Switch zu machen und gehe danach dann wieder an den Back zurück. Oder wenn es schon kurz vor Feierabend ist, dann mache ich einfach Feierabend und arbeite dann am nächsten Tag an dem Back, weil es ist schon so oft und Leute, die wirklich in der Softwareentwicklung arbeiten, und die kennen das garantiert, dass sie am Abend irgendwo festhängen und irgendwie stundenlang an so einem Miniproblem irgendwie arbeiten und kommen einfach nicht auf die Lösung. Und irgendwann gehen sie auf, machen dann Feierabend, gehen dann ins Bett und am nächsten Tag dauert es irgendwie fünf Minuten und man hat dann auf einmal die Lösung. Könntest du dir vorstellen, komplett remote zu arbeiten und dabei zu reisen? Ich habe das ja neulich mal drei Wochen lang in Portugal gemacht, also wir waren das nicht jeden Tag woanders, sondern in den drei Wochen hatten wir zwei verschiedene Locations. Aber nach den drei Wochen habe ich auch gemerkt, dass es für mich genug war und ich habe mich dann auch wieder gefreut, in meine ganz normale Routine hier zu Hause reinzukommen. Und hier habe ich auch meinen eigenen Schreibtisch und keine Ahnung was. Also ich kann das schon mal machen, ein paar Wochen lang nur am Laptop zu arbeiten. Aber dazu kommt halt auch noch, dass ich jetzt mit den YouTube-Videos halt auch viel zu tun habe. Und ich mag es halt einfach, dass ich hier mein Setup habe mit den ganzen Licht und Kamera und keine Ahnung was. Und wenn ich das jetzt irgendwie beim Reisen irgendwie ständig auf- und abbauen müsste, das hat mich ja hier bis vor kurzem ohne Ende aufgeregt, bis ich jetzt hier so ein fixes Setup mir hier irgendwo aufgebaut habe. Und das jetzt irgendwie dann immer alles mit mir rumzutragen, ich glaube, das wäre mir im Endeffekt dann zu viel. Dazu kommt ja auch noch, dass ich mich in München wirklich sehr wohl fühle. Was war das Schwerste auf dem Weg zu deinem jetzigen Beruf? Boah, das ist eine richtig gute Frage. Also ich würde sagen, bei mir war das Schwerste oder für mich war das das Studium. Nicht, weil es jetzt halt einmal kurz schwer war, sondern halt über einige Jahre immer wieder viel zu tun gab. Und man arbeitet wirklich langfristig an so vielen verschiedenen Dingen und muss halt auch sehr viel lernen. Und ich würde es nicht sagen, dass es das Schwerste war, aber so mit das Anstrengendste. Hast du vor, ein Startup zu gründen? Also ein Startup würde ich wahrscheinlich nicht gründen wollen. Also da hat man dann so viel Personalverantwortung, also jetzt nicht nur im Sinne von, dass die ja einen Job machen und dass man halt schaut, dass die Leute gefördert werden und so weiter, sondern wenn ich jetzt ein Firmengründer bin, dann habe ich ja auch eine finanzielle Verantwortung, weil ich muss ja dafür auch sorgen, dass die Leute ihr Gehalt bekommen. So eine Selbstständigkeit könnte ich mir schon irgendwie vorstellen, aber dann nicht als Softwareentwickler, sondern, keine Ahnung, vielleicht als YouTuber irgendwann. Kannst du mal ein Spiel programmieren? Also können wir es jetzt noch nicht. Da müsste ich mich wahrscheinlich mal eine Woche oder so hinsetzen und es irgendwie lernen. Aber es hört sich im Prinzip eigentlich nach einer ziemlich guten Videoidee an. Was meint ihr? Wie hoch ist dein Gehalt? Ja, die Frage kam jetzt schon mehrfach und ich bin mir nicht sicher, ob ich da jetzt gerade bei meinem aktuellen Arbeitgeber da einfach so drüber reden kann, zumindest jetzt nicht hier einfach in einem Video. Aber ich kann euch natürlich gerne sagen, was ich in meinen anderen Anstellungen so bekommen habe. Und bei meinem ersten Job in der IT als Software-QA, also als QA-Ingenieur, habe ich 38.000 Euro bekommen brutto im Jahr. Das waren so knapp 2.000 Euro. Da müsst ihr mal den Brutto-Netto-Rechner irgendwie auf Google anschalten, damit ihr schauen könnt, was das jetzt bei euch netto machen würde. Also 38.000 Euro. Dann habe ich einen Wechsel gemacht nach eineinhalb Jahren oder knapp zwei Jahren zu Freeletics. Und dort habe ich dann als iOS-Entwickler gearbeitet und mein erstes Gehalt lag bei 50.000 oder 52.000 Euro brutto im Jahr. Und dann habe ich halt, ich war halt dreieinhalb Jahre da, habe immer mal wieder so eine kleine Gehaltserhöhung bekommen. Und ich glaube, ich bin mit 60.000 Euro brutto im Jahr, bin ich dann dort weggegangen und bin dann zu Payback. Und ja, dort war das Gehaltsmodell auch nochmal ein bisschen komplizierter, weil man dann Bonussen und so weiter bekommen hat. Aber wie gesagt, als ich bei Freeletics weggegangen bin, hatte ich dort so 60.000 Euro brutto im Jahr, was dann so circa 3.000 Euro netto im Monat ist. Stimmt es, dass das Wirtschaftsinformatik-Studium am Anfang schwerer ist als in höheren Semestern? Ich würde generell sagen, dass es am Anfang eines Studiums ein bisschen schwerer ist, weil man halt so ein breit gefächertes Themenfeld hat, und von allem natürlich ein bisschen erstmal was macht. Und dort ist natürlich dann einiges dabei, was einem nicht liegt, was einem vielleicht nicht so gefällt. Und in den höheren Semestern ist es dann so, dass man sich dann eher spezialisiert. Und dann spezialisiert man sich natürlich auf irgendetwas, das einem sehr viel Spaß macht, das einem liegt und so weiter. Und deshalb ist es vielleicht komplexer, weil es halt einfach fortgeschritten ist. Aber es macht dann einem mehr Spaß und dann fällt es einem einfacher. Deswegen würde ich sagen, es stimmt schon, dass man am Anfang, dass es einem schwerer fällt als dann später. Was ist ein Compiler? Okay, jetzt kommen hier schon die richtig technischen Fragen. Also ein Compiler ist praktisch ein Übersetzer und der übersetzt deinen Source-Code, wie beispielsweise bei einer iOS-App, den Swift-Code, übersetzt er in einen Machine-Code, also in Nullen-Einsen oder in einen Code, der sehr prozessornah ist. und man hat dann im Prinzip so ein Binary und es besteht dann wie gesagt nur aus Nullen und Einsen und das kann dann direkt von der CPU aus oder von der GPU dann verarbeitet werden oder es läuft dann halt einfach direkt auf der CPU, ohne dass dann auch etwas anderes dazwischen ist. Also wirklich ganz grob zusammengefasst. Ist die Master School von Niklas eine gute Empfehlung für Quereinsteiger? Okay, manche Leute wissen jetzt wahrscheinlich nicht, was die Master School von Niklas ist. Also mit Niklas ist Niklas Stehenfahrt gemeint und die Master School ist die Firma Master School und die machen praktisch sehr intensive Bootcamps und bilden dann Leute aus für ein ganz bestimmtes Themenfeld. Das kann dann sein, wie bei Niklas, dass man als Data Analyst dann später arbeiten kann oder was der Cedric macht, also Morpheus Tutorials. Der macht das Ganze mit Frontend. Die haben halt jetzt ganz viele verschiedene sozusagen solche Bootcamps und ich glaube, dass es auf jeden Fall sehr zukunftsweisend ist. Also ich habe ja schon mal auch Werbung für die Master School gemacht und ich würde das nicht machen, wenn ich das Ganze nicht cool finden würde. Und ich kenne Niklas natürlich auch persönlich und ich weiß, dass das halt auch hundertprozentig seriös ist und ich finde es ziemlich cool und im Prinzip funktioniert das Ganze so, dass man in einem Zeitraum von so sechs, sieben oder acht Monaten, je nachdem, wird man halt ausgebildet für ein ganz bestimmtes Themenfeld, wie beispielsweise Frontend-Entwickler und es wird einem auch nichts geschenkt. Also man muss wirklich sehr intensiv arbeiten, also man kann sich damit jetzt nicht einfach einen Job kaufen, sondern man muss einfach wie eine 20-Stunden-Woche wirklich sehr intensiv arbeiten, um sich das irgendwie alles anzueignen, was für den bestimmten Beruf dann notwendig ist. Was mir in dem Konzept besonders gut gefällt, ist, dass die Schüler in keine finanzielle Vorleistung gehen, das heißt, sie müssen am Anfang nichts bezahlen, sondern erst, wenn sie erfolgreich in eine Firma vermittelt werden und dann dementsprechend dann auch ein entsprechendes Gehalt hat und dann muss man die Gebühr zurückbezahlen. Aber wenn man dann später aus irgendeinem Grund keinen Job findet, dann muss man der Master School auch nichts zurückzahlen. Und ihr seht schon, da die Master School eine ganz normale Firma ist, die natürlich auch Geld verdienen will, sind die wirklich sehr, sehr, sehr hinterher, dass die Leute auch wirklich dann später einen Job finden, in dem sie dann auch erfolgreich arbeiten können. Also ihr hört schon raus, dass ich das Konzept der Master School ziemlich cool finde. Bist du regelmäßig in Freiburg? Für die Leute, die es nicht wissen, ich komme ursprünglich aus Freiburg, ich bin, wie man bei uns sagt, ein Freiburger Bobbele und meine ganze Familie lebt auch noch in Freiburg und ich gehe die auch regelmäßig besuchen und ja, deshalb bin ich auch regelmäßig in Freiburg. Wenn du bei Null anfangen würdest, welche Sprache würdest du lernen? Außer Python. Also bei Null anfangen, dann würde ich wahrscheinlich, wenn es jetzt nicht Python wäre, würde ich wahrscheinlich JavaScript nehmen. Das liegt einfach daran, dass es dafür so viele Möglichkeiten gibt. Also ich kann ja dann trotzdem als App-Entwickler arbeiten, mit React Native beispielsweise. Ich kann im Backend-Bereich arbeiten, ich kann im Frontend-Bereich arbeiten. Also mit JavaScript kann sie praktisch alles machen. Und ja, also wenn es jetzt einfach nur darum geht, irgendwo einen Job zu finden und ich bei Null anfangen würde, dann wäre es wahrscheinlich JavaScript. Welches Auto fährst du? Ich fahre ganz viele verschiedene Autos, denn ich habe kein eigenes und deshalb muss ich mir immer wieder mal eins mieten oder ich benutze einfach Carsharing. So, aber ich glaube, wir sind mit allen Fragen durch. Wenn ihr beim nächsten Mal eure Frage auch mit dabei haben wollt, dann folgt mir auf jeden Fall auf Instagram und dort poste ich dann jedes Mal. Dann mache ich diese Aufrufe und sammle eure Fragen ein. Also gerne mal folgen. Ansonsten würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Abonnieren nicht vergessen, um keine weiteren Videos zu verpassen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kevin.